Hallo meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Top 10 Video mit den Pistols, sind wir fertig, jetzt kommen die MPs, let's go! Go to struggle, ich bin bei Vodafone. Platz Nummer 10, die Mac 10 Fate. Ja, fiel jetzt direkt, was, die Fate auf den 10? Die ist doch total geil. Es gibt sehr, sehr viele Glossy Skins hier bei den Mac 10s, die hat wirklich viele, also Shiny Skins halt. Es sind auch nicht alle in meiner Liste drin, aber ja, das ist halt so der Shiny Skin von den Mac 10s, der mir halt am wenigsten gefällt, die noch kommen, die gefallen mir logischerweise. Besser darum ja auch diese Sortage, 23, äh, 33 bis 58 Euro, Kostakwanda, und wir gehen weiter zum 9. Platz. Da haben wir zum Beispiel die Goldbrick, und die finde ich, oh, oh, gut, du bist komplett geblendet, du siehst gar nichts, du siehst nichts mehr. Weg, kannst du den Feind hinwerfen, und wenn die Sonne drauf scheint und genau in so ein Auge, ist er blind, finde ich zum Beispiel geiler als die Fate. Kann man schon machen, aber, ja, Goldbrick gefällt mir besser, 39 bis 64 Euro. Auf meinem achten Platz liegt ein schön komplett bis hinter Skin, und zwar die Propaganda. Ja, wollte ich auch gerade sagen, die ist doch gar nicht so lange da, 2021. Für alte Böcke wie mich ist das halt nicht lang, für junge Leute oder halt gerade Leute, die seit CS2 dabei sind, das ist halt ein alter, alter Hut. Und 22 Euro bis 40 Euro. Auf meinem siebten Platz, siebter Platz? Ja, auf meinem siebten Platz liegt die McTen Nuclear Garden. Unten nicht bis Kind, ja, ich weiß, aber grün. Oh, 5 Euro bis 10 Euro, auch noch ein Schlapperl obendrauf. Grün ist halt einfach meine Leibspeise, ne? Sechster Platz, Toybox. Sehr geil, schön bunt, aber ein bisschen matt. Beziehungsweise hier hätte ich dann doch eher noch eine leicht glänzige Geschichte irgendwie zugelassen. Du hältst es halt hier gegen das Licht, es ist dieser leichte Dunstschreier da irgendwie drauf. Ja, wenn du es vom Licht weghältst, dann sieht es eigentlich besser aus sogar. Gerade solche Skins, finde ich, sollten halt auch wirklich stark sein von den Farben her. Die müssen richtig grell sein, ähnlich wie andere Skins, die gleich noch folgen werden. 3 Euro bis 14 Euro. Fünfter Platz, Case Harnet. Da habe ich jetzt gerade keine schöne Ausführung, aber hier, finde ich, gibt es halt wirklich sehr, sehr geile Pattern. Ich habe jetzt einfach nur hier von CSGO-Stash halt das Pattern offen, das mir hier direkt vorgeschlagen wird. Aber da gibt es, wie wir alle wissen, hat auch sehr sweete Sachen. Und ja, preislich natürlich auch ein Riesenunterschied, was für einen Pattern du da hast. Ich habe jetzt hier 88 bis 97 Euro stehen, das ist aber doch ziemlich kurz gefasst, das tatsächlich. Aber ja, natürlich kommt das auf das Pattern an. Wenn du halt eine komplett blaue hast, ist es logischerweise ein bisschen teurer, ein bisschen. Auf dem 4. Platz liegt ein weiterer Goldskin, der einen auch richtig schön kaputt blendet, aber trotzdem auch so ein bisschen noch was, noch ein bisschen mehr hat. Also finde ich schicker als die Goldbrick. Gefällt mir halt noch mal ein bisschen besser. Schade hier auch wieder, dass das halt nicht noch ein bisschen mehr drauf ist. Warum macht man nicht hier, es muss ja nicht zwingend das Gleiche sein. Aber dadurch, dass der ganze Rest hier unten halt nicht beskindet ist, ist es... Aber schickes Teil, 4. Platz. Preislich, Leute, 22 Euro bis 38 Euro. Nun folgen dann wieder die vorderen drei Plätze. Ihr könnt wie immer raten, was da wohl bei mir liegt. Und natürlich auch gerne eigene, eigene Top 3, Top 5 oder Top 10 Liste zum Besten geben. Also von euren eigenen Mac-10-Geschichten. So, wir gehen rein in den dritten. Da habe ich die Mac-10 Neon Rider. Hier finde ich zum Beispiel die Farbe schon mal ein bisschen besser. Man hat ja trotzdem gegen das Licht diesen leichten, dieses mehlige, als wenn da so eine kleine Mehlschicht drüber geschmissen wurde. Aber man erkennt hier auf jeden Fall, dass die Farben halt deutlich greller sind. Sollte ja auch, also passt, Neon Rider halt, Neon. Könnte bei dem anderen, bei dieser Toybox, hätte man das auch so ein bisschen kräftiger machen können. Finde zumindest ich. 6 Euro bis 10 Euro. Fast. Ein Schnapperl. Fast. Der zweite Platz, das ist die Malachit. Ultraglänzi-Bubänzi und dann in Richtung grün, beziehungsweise türkis. Ihr wisst, der grünen Lieblingsfarbe türkis ist da recht nah dran. Ja, finde ich einfach, finde ich einfach absolut geil. Natürlich auch wieder Minuspunkt hier unten. Warum, warum macht man hier nicht irgendwas halt da noch hin? Setzt ein paar Akzente oder macht sonst was. Das macht den Skin halt dann direkt so ein bisschen kackig. Preis? 1 Euro bis 3 Euro. Bis jetzt, glaube ich, der günstigste Skin überhaupt auf der Liste. Und bei mir Platz 2. Und ja, natürlich kommen dann gleich wieder ganz viele Fragen in den Kommentaren mit, wo ist die Alert, die Last Dive, Pipedown und so weiter. Ich kann halt immer nur 10 Skins wählen. Ich habe manchmal für den fünften Platz zum Beispiel 3 oder 4 Skins, die ich draufsetzen wollen würde. Hier bei dem zweiten Platz hatte ich, glaube ich, die Hot Snakes zum Beispiel, wäre auch irgendwo auf Platz, was weiß ich, 6 oder 5 oder sowas gewesen. Und hat halt verkackt. Die glänzt sehr schön, aber ich kann halt an sich nichts mit dem Rest anfangen. Aber ich kann sie auch nicht einen Platz weiter runter setzen, weil da sind wiederum andere Skins. Also, weil ja manchmal halt die Fragen kommen, warum gefällt dir die nicht? Viele Plätze sind doppelt und dreifach belegt, aber ich zeige halt immer nur einen. Mein dritter Platz, der neben der Neon, nee, auf dem vierten wäre die gewesen. Die Discothek zum Beispiel, finde ich auch ultra sweet. Wir haben auch die Pipedowns, auch ein geiler Mac10-Skin. Es gibt sehr viele, sehr schicke Mac10-Skins. Nur um das erwähnt zu haben. Tja, was liegt denn jetzt wohl auf meinem ersten Platz? Ich kann es euch sagen, und zwar die Mac10 Stalker. 11 Euro bis 66 Euro, so ein geiles Ding. Die Farben sind so krass und jetzt guckt euch mal diesen Glanz an. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe das irgendwann im Stream mal entdeckt, zufällig, dass die Stalker so absolut krass am Glänzen ist. Ich weiß nicht warum. Warum man sich hier entschieden hat, dass man sagt, ja, 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 das. Die machen wir glänzig. Die Neon Rider, die machen wir nicht glänzig. Obwohl es ultra gut passen würde. Nein, wir nehmen die Stalker. Also ich finde, das gibt dem Skin einfach absolute Power. Das sieht so geil aus, das Ding. Und dann auch noch Glänzi Bubenzi, wunderschön, schöne Farben und so weiter und so fort. Preis geht, ne, 11 bis 66 Eier. Ist ganz in Ordnung. Ja, also meine absolute Number One. Natürlich hauen wir hier auch wie immer ein Giveaway raus. Und zwar gibt es für euch die Mac10 Silver. Guckt euch das Ding an. Die ist, glaube ich, mit der Fade, oder ja doch, mit der Fade hat die sich, glaube ich, um den 10. Platz geboxt. Und dann fand ich die aber halt im Vergleich zur Fade doch ein bisschen Kokolores. Auch in Anbetracht der Skins, die halt dann noch kommen. Ich finde sie wunderschön. Ich finde die einfach geil. Wie auch die ganze Zeit erwähnt, hier unten, scheiße, pfuiper. Warum ist hier nichts drauf? Aber hier oben, so schön Glänzi Bubenzi. Um hier an Teilzunehmen, schreibt einfach folgendes in euren Kommentar mit hinein. Und zwar, spielt ihr MPs gerne oder nutzt ihr eher andere Dinge in Runden, in denen andere MPs spielen? Ich habe lange Zeit keine MPs gespielt, weil ich sie einfach überhaupt nicht konnte. Mittlerweile MP9 geht ganz gut. Mac10, naja. Aber ich kaufe sie auf jeden Fall mittlerweile auch. Also greift er nicht auf irgendeine überteuerte Pistole oder halt eine kackige, was weiß ich, was zurück. Sondern spiel jetzt mitunter auch tatsächlich mal so eine Runde MP. Ist das bei dir auch? Haut's in die Kommentare. Und wo wir schon mal Giveaways sind, natürlich möchte ich hier auch euch das Knife-Giveaway, das nächste Knife-Giveaway auf Twitch ankündigen. Und zwar gibt es ein Paracord-Knife, Borel Forrest, für euch auf Twitch zu gewinnen. Die ganze Sache läuft ziemlich einfach ab. Das Teil, ihr sammelt ganz gemütlich die Bubble-Dollar im Livestream, während ihr zuschaut. Je länger man da ist, desto mehr hat man davon. Damit kann man sich dann die Tickets für das Knife-Giveaway kaufen und hat dann halt die Möglichkeit zu gewinnen. Im Stream selbst kann ich gerne noch ein bisschen mehr erklären. Das ganze Ding wird wahrscheinlich drei Wochen laufen, dass auch jemand, der ganz frisch kommt, so wie du zum Beispiel, noch genug Zeit hat, genug Bubble-Dollar zu sammeln in den Streams. In den Streams wird gemeinsam reingedaddelt. Viewer Games haben wir ständig. Alle Counter-Strike-Spiele, die ich betreibe, spiele ich mit euch oder mit meinen Zuschauern. Da habe ich auch kein festes Team, sondern jeder Neue kann mit rein. Wir haben High-Games, Mid-Games, Low-Games und Mixed-Games von den Rängen her. Also wir spielen auf allen Elen umher, Elen Plural von Elo. Und ja, macht gerne mit, kommt gerne ran. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich streame dreimal die Woche jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr, jeden Freitag ab 20 Uhr. Und ja, dann sehen wir uns entweder dort live. Der nächste Stream sollte, wenn das Video hier an dem Mittwoch kommt, morgen dann sein, am Donnerstag, 18 Uhr. Und ja, danke fürs Zuschauen, für die Kommentare und für die Likes. Haut da rein. Later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh mit deiner dicken, fette Mutter auf die Instagram-Messe.